Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hatte mich ganz klar abgemeldet, aber das haben die offenbar doch einen Fehler gemacht. Vielen Dank. Applaus 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 Das war top, echt. Und ich glaube, ich habe da sogar 10,20 Meter gestoßen. Ich glaube, das war echt stark. Das war ja auch schon noch ein paar Jahre hin. Ich weiß, dass ich da noch mal ein paar Jahre hinweg verabschiede. Ich weiß, dass ich da noch nicht. Ich weiß, dass ich da noch nicht. Ich weiß, dass ich da noch nicht. Ich habe sie so schön auf den Händen gehalten und im Wasser hat sie geglitten. Die war so richtig schön vorhanden. Es liegt nur an bei Chinas Kugel, ob er los geht. Eins, der erste, 13, 44, Jana, die zweite, Anke, 10, 62, die dritte, Ingrid, 10, 37, die vierte, Susanne, 10, 02, die fünfte, Ines, 9, 44, die sechste, Martina, 9, 39, die siebte... ... ...